Du kannst eins mal der Gebiet erobern, dann bekomme ich vielleicht nicht ganz so viele Truppen beim nächsten Zug. Ja du bist mir grad egal. Du kannst eh nix machen. Du könntest vielleicht noch mal, du kannst noch eine Hauptstadt einkommen. Mach doch einfach Runde beenden. Oh nein. Sechs, sieben und das sind drei, vier, fünf, sechs. Aber da hab ich die Hauptstadt noch, wenn die Stadt war. Du versuchst jetzt eine Farbe auszulösen. Ja ich frag mich grad welche Farbe die bessere ist. Das war jetzt schon mal keine kluge Idee. Oder die leichtere. Oh. Ach man, ich bin das so gewohnt vom alten anliegende Grenzen. Nein, da ist Wasser dazwischen. Ja toll. Ich hab mir schon gedacht, was machst du denn jetzt? Was soll denn das? Dann wär ich natürlich nach rechts gegangen. Ach das ist ja Unsinn. Ich beende mal deinen Zug. Ich kann nicht mal mehr zur Hauptstadt gehen? Hast du dir gesichert oder was? Ja ich hab die blockiert. Hast du nicht aufgepasst? Oh Gott, oh Gott. Ja dann wär ich nach rechts gegangen natürlich. Ich weiß schon warum ich die blockiert hab. Weil das ist der einzige Weg irgendwie weiter nach links zu kommen bei mir. Ja, ja. Ich wollte ja auch eigentlich oben lang. Naja egal. So, komm jetzt als nächstes. Grün, nein, Gelb. Dann überlebt. Oh, 17 Truppen. Alter. Ich wollte eigentlich Gelb auslöschen weißt du? Ja, das hab ich mir gedacht. Oder halt Grün auslöschen. Was sonst? Gelb kommt jetzt aber bei dir auch. Oh nein, bei mir auch. Oh. Ich seh da nen schönen Neuner-Stick. Mal Grün dafür auch nochmal. Ja, das ist jetzt nicht so beeindruckend. Oh, Grün nimmt ja noch nen Kondi dann wechseln. Du brauchst nicht so viele Truppen. Was geht so viel? Wen nicht. Sieh vorbei. Wir müssen noch voll ins Geld gehen. Ich beheb dir das jetzt mal. Ich beheb das jetzt mal. Ich weiß doch wie teuer Truppen sind. Ich hab Europa. Jetzt muss ich erstmal warten, bis ich den ganzen Bonus bekomme. Das kann dauern. Das kann dauern. Der Tempel ist schon ziemlich okay, wenn du da erstmal alles gesichert hast. Was? Ich hab auf dein Gebiet geklickt. Ach, fick dich doch. Was ist das denn jetzt? Warum hat der... Super. Jetzt hab ich drei statt neun bekommen. Ach geil. Super. Was ist komplett für'n Arsch. So ein Rotz, ein Dummer. Ach. Das Zwoll ist doch zu machen. Da hast du mal 15 und da auch 15. Nächste Phase. Eigentlich wollte ich die Map sowieso nicht spielen. Ach so. Deswegen hast du auch ausgeführt. Ich wollte eine andere Map spielen, aber die ging nicht, weil du nicht reinkamst. Da haben auch wieder eine andere Map gewählt. Also diese hier. Wenn ich eigentlich gar nicht wollte. Und dann kommst du komischerweise rein. Und dann kommst du mal ein paar Gegner ausschalten. Wenn ich schon den neunerste von der Vier nicht bekomme. Ja, aber ich hab jetzt das mal. Warum kannst du ja da jetzt rüber? Weil hier war ja Wasser drin. Ja und das andere neben ist auch am Wasser. Ja aber du hast keine Wasserverbindung. Ach so, dieser Strich da. Wie ist das denn? ein und schockstück bestätigt kann Nein, ich kann nicht mehr mit irgendwas da anbreiten, ok, ja. Wir löschen nun mal einen aus. Ja, es klappt. Es klappt sogar. Ich soll vielleicht warten, wo ich sowas mache. Bis es geklappt hat. Jetzt schon wieder langsamer. Ich wollte das ursprünglich schon vier Runde beenden, aber dann habe ich irgendwie nicht eingeblendet für den neuen bekommen, sondern nur die drei. Scheiße. Kann ich trotzdem schaffen. Nee, dazu stehen wir ja drücken jetzt auf die Scheiße. Okay, weißt du, dieses Einzeldinger, da kann ich irgendwie das machen. Geht auch schneller. Das sollte mich jetzt wirklich nicht mehr aufhalten. Ich muss das mal den Kugeln vernichten. Ich wollte immer noch recht lang auch nicht mehr automatisch machen. Auf diese Weise bin ich wenigstens weiter geworden. Um mich neu zu positionieren, ganz weit von dir weg. Du hast mir einen zweiten Platz gebracht. Du hast mir einen zweiten Platz gebracht. So, und damit du nicht gleich den Damm einnimmst, einfach alles weg spielst. Alles gleich die Brüche ausziehen. Ich gehe einfach rein. Also den Damm könntest du noch ein... Äh, du könntest den Damm einnimmst und mal spielen. Okay. So, wo gehe ich jetzt hin? Ich gehe nach da. Nimm mir doch einen Kunde entwegt, damit er nie die Teile kommt. Ich nehme dich jetzt. Fiegt doch. Nächste Phase. Abschließen. Nimm mal. Nimm mal. Blöken. Blockiert das mal? Nimm mal. Es ist ja viel, weil er irgendwo hingeht, wo er nicht hin sucht. Bei links hat er nichts zu suchen. Bei seinem Glück käme er wahrscheinlich noch bis zum... Bis zum Tempel. Ja. Oh, ich habe den Tempel nochmal eingenommen. Gewinnst noch. Naja, gut, wahrscheinlich nicht. Mist, da kommt noch mal ein Bonus, den hätte er nicht bekommen sollen. Ja, dann setz mal ein paar Truppen. Oh, jetzt hast du noch ein paar mehr. Aber das Wasser ist schwierig, schön, dass wir drüber geredet haben, oh jetzt hat er den Damm, aber das bringt ihm nicht viel mehr, ein Teil des Dammes übernommen, kontrollier den Damm. Kann wahrscheinlich erst in der nächsten Runde fluten oder so. Ich weiß nicht, am Ende des Rundes könnte ich immer das Zeug machen, also das mit den Griffen zumindest. Also ich kann jetzt gar nichts machen. Dann wahrscheinlich jetzt in der nächsten Runde. Ja, wahrscheinlich. Nehmen wir das mal nicht weg, wir sehen. Soll ich noch eine Runde warten? Okay, ich warte noch eine Runde, weil ich so nett bin. Dann darfst du. Ja, kann man ja mal ausprobieren, ob das funktioniert. Jetzt nimmt da hoffentlich das richtige Gebiet. Danke. Boah, jetzt krieg ich mal Truppen. 15 aus Gebieten, 5 aus Hauptstädten und dann noch ein paar aus Kontinenten, die sind aber nicht so pralle. Muss ich jetzt tauschen? 10 gegen 30. Wo stelle ich die denn jetzt hin? Machen wir hier mal 20 und da mal 20. Da machen wir mal 6. Da machen wir noch 20. Da habe ich immer noch welche übrig. Oh, das nächste Phase. Das schöne ist, ich komme jetzt irgendwie mehr Karten pro Runde, weil ich das eine Ding ausgewählt habe. Ja, das ist sinnvoll. Hm. Jetzt halt gerne. Ich hätte früher auswählen. Ich habe das glaube ich gerne früher. Ich nehme hier noch einen Kontinent ein, hab noch so wenig. Aber den Dam, den lasse ich jetzt mal wieder. Das ist schön. Ja, dann kannst gleich, ich habe sogar ein paar Truppen da unten, die kannst du dann noch umbringen. Falls es überhaupt funktioniert. Also genau genommen sind das primär deine Truppen, naja die Hälfte davon sind sie für deine. Hm. Das ist voll die Arme. Oh, du totest sogar ein paar. Ein paar. Ein paar. Ein paar getötet. Da ist dann weg dann. Wir müssen mal gehen. Müsst du mal sehen. Hm 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 hm. Jetzt kommen wir auch noch heim. Gut, äh... Das war's. Damit wir nicht auf falsche Gedanken kommen. Was soll ich denn machen mit meinen drei Truppen? Ja, hätte es doch noch da gehen können. Ja, wow. Das bringt's ja voll. Lohnung werden aber. Eine Karre frei. Na ja, obere eingeblieben. So, was darf ich denn jetzt machen? Möchtest du den Damm öffnen und den Kontinent überfluten? Ja, das möchte ich auch. Ich glaube, jetzt wird alles auf eins reduziert oder so. Ist schon eins. Nein, du hast noch ein paar herum getötet. Okay. Also man tötet damit quasi nur Drucken. Also wenn du jetzt gut würfelst, hm? Mhm. Dann kann ich hier nur was reißen. Mhm. Vielleicht öperst du das Gebiet sogar noch. Okay. Okay, nehmen wir mal drauf. Also verteile ich dich jetzt nur mit zwei. Weiß ich auch nicht. Hm. Ich glaube, du würdest es nicht beziehen. Mhm. Mhm. Ja, ich kriege ja gleich wieder irgendwie 30 Stück oder so. Ich habe leider keine Karten mehr liegen dort. Mindestens. Ja. 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 Wir haben jetzt ein bisschen was geschafft. So. Was mache ich jetzt noch? Hm. Kann ich hier eben kapitulieren? Schwierig. Ich habe da nur 51 Gebiet. Das für die ganzen Dinge hatte ich gut. Also Sorgen habe ich mitgemacht, als du mit diesen fetten 20er Stack auf den Tempel zuließt. Das hat mich schon so nervös gemacht. Ja, das lief schlechter als gedacht. Ja. Die haben sich zum Glück aufgelöst. Also bis zur Hauptstadt liegt es noch gut, aber danach habe ich sehr viel verloren. Das war nicht so geplant. Ich habe da ein bisschen mehr auf Glück gehofft. Jetzt habe ich erstmal noch ein Kontinent mehr. Das heißt, ich bekomme noch mehr Zucken. Yes. Hätten wir dann mehr überlebt, wäre es dir schwerer gefallen. Dann hätte ich Probleme gehabt, ja. Das war also die letzte Chance, irgendwas noch zu kippen hier. Ich weiß nicht, wer war das, der Grüne oder der Blaue da mit seinem Stack nochmal reinmachen? Der Blaue, ja. Das war der Blaue und der Grüne, gleichzeitig in einer Runde. Ich habe hier gerade ein Zeitlimit bekommen, weil ich nichts mehr mache. Du hast zu viele Truppen. Oh, schade. Nächste Phase. Uff. Was kann ich jetzt mit diesen Ressourcen eigentlich machen? Ja. 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 Schade, dass ich keine Karten mehr tauschen konnte. Wäre natürlich schön gewesen. Aber was machst du denn mit Mineralien? Fortfahren. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe nur noch rausgefunden. Infos. Infos. Ah. So wird gespielt. Drei Zug. Bei jedem Zug drei Mineralien vorkommen. Okay. Vulkan hat mir auch nicht. Solanen lang auch nicht. Tempel. Gibt es in drei Gebieten. Kontrolliere alle drei Gebiete, um den Tempel zu kontrollieren. Kontrolliere zu Beginn eines Zuges in Tempel, also in dem Gebiet aussuchen. Ja, das ist halt echt hart. Gruft. Flugfeld. Neugier und eine Kontrolle. Grafst du sieben oder einen anderen beliebig angenehm. Verteidigst du damit, bekommst du einen Bonus. Ach so, okay. Ja, den Tempel gibt es auch nicht überall, ne? Gibt es halt nur auf diesem. Ne. Overkill. Würdest du im Kampf 2,6 ist dann Overkill. Würdest du im Kampf 3,6 ist dann super Overkill. Besiegt auf einen Schlag alle verteidigenden Gegnertruppen. Oh wow. Wir können die anderen Maps nochmal ausprobieren, beim nächsten Mal. Ne, das dauert so viel. Gibt uns kaum vier oder so. Das ist irgendwie zwei Stunden genau das Match. Ja, heute nicht mehr, aber auch noch mal ein anderes Mal. Ja und ja. Ich habe gar keine Roboter vernichtet. Ich habe drei Missionen gewonnen und zwei Spiele gespielt. Ach so, das waren wir schon nicht. Super Overkill gesammelt ein. Also ich ihn nicht gebraucht habe. Egal, Karl. Das war es mit... Nein. Risiko Fractions. Fraktionen. Willst du wiedersehen. Bis zum nächsten Battle. Ja, tschüss.